Oh, hallo Freunde, ja, ihr habt richtig gesehen, ich bin hier irgendwo in einem Wald und ihr seht schon hinter mir, hier ist ein roter Kreis und ich bin zusammen mit meinem kleinen Bruder Jimmy in den Kreis gefangen, was geht? Was geht, Lumi? Und was machen wir hier eigentlich? Ähm, ja, also so wie es aussieht, sind wir hier auf einem roten Kreis gefangen und ich habe gehört, Leute, wenn wir den roten Kreis verlassen, dann sterben wir direkt. Nein, du darfst auf keinen Fall den roten Kreis verlassen, denn wir müssten heute eine Challenge machen, Leute, und zwar wird die Challenge lauten, wer zuletzt den roten Kreis verlässt, gewinnt. Hast du gehört? Hm, und weißt du was? Ich werde richtig unfair spielen, ich werde, nein, ich werde es nicht sagen, ich werde dich einfach rauswerfen, haha. Äh, äh, er will mich rauswerfen? Ey, hallo, nein, 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 hör auf, hör auf. Oh man, das wäre fast nach hinten losgegangen. Ja, okay, dann würde ich sagen, Jimmy, mögen die Spiele beginnen. Äh, und ich würde sagen, der Gewinner, äh, ist der, der, der zuerst einen Diamant findet. Ha, ich habe einen schon gewonnen. Wo denn? Hä, wo denn? Haha, nein, alles gut, ich werde, ich werde loslegen, let's go. Ja, bau direkt den Baum ab, das heißt, Leute, wir müssen auch direkt einen Baum abbauen, dann machen wir uns direkt ein paar Tools. Aber wartet, Leute, ihr könnt mir helfen, ihr könnt jetzt alle ein Like da lassen, denn pro ein Like bekomme ich ein Eisene. Das heißt, damit könnten wir auf jeden Fall direkt einen großen Vorteil haben. Also bitte, Leute, lasst jetzt alle innerhalb der nächsten drei Sekunden schnell ein Like da. Kommt schon, Leute. Drei, zwei, eins. Kommt schon, Leute, bitte. Oh, keiner lässt ein Like. Hä, doch. Oh, seht ihr, Leute? Oh, ja, ganz viele Likes, seht ihr? Oh, ja, lasst alle schnell ein Like da, ich brauche mehr davon. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Oh, warte mal, Gold ist auch dabei? Stimmt, Gold bekomme ich, wenn ihr abonniert, Leute. Also, lasst doch ein Abo, da kommt schon, dann bekomme ich auch ganz viel Gold. Ja, norm schon, Leute, ihr müsst abonnieren, abonniert weiter, weiter, weiter. Ihr seid die Besten, Leute, dankeschön. Oh, ihr seid die Besten. Ich glaube, Jimmy wird sich bestimmt ärgern, wenn ich jetzt schon Eisen habe. Guck mal, du Duftkopf, ich habe schon Eisen. Oh, was? Du, du, das geht gar nicht. Gib die mir, gib die mir, gib die mir, gib die mir. Nein, 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 denn ich werde jetzt schon die ersten Eisentools bauen. Oh, mein kleiner Bruder, vielleicht kann ich ihn ja rausschubsen. Das heißt, Leute, wir machen als allererstes erstmal ein Crafting-Table. Und zack. Oh, er hat auch einen. Aber wir müssen uns beeilen. Ich mache nämlich jetzt hier ein paar Stöcker. Und dann machen wir als allererstes eine Schaufel. Guck mal, du Duftkopf, ich habe eine Eisen-Schaufel. Oh, nein. Hey, das ist richtig doof. Ich habe mein ganzes Holz zu Stöcken gemacht. Ich brauche mehr Holz, ich brauche mehr Holz. Hey, nein, das ist mein Holz. Hey, hör auf, ich brauche das Holz. Verschwinde. Au. Ich werfe dich sonst hier aus dem Kreis raus, dann bist du tot. Nein, ehrlich, ich habe nur noch Stöcke. Hier, schau. Es sind 40 Stöcke, können wir tauschen? Ein Holzblock. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Oh, bist du jetzt etwas traurig, weil ich deine Stöcke verbrannt habe? Du bist gemein. Du bist gemein, gemein, gemein. Und weißt du was, Lumi? Wenn du meine sonnige Scheiße Seite wirst, dann gebe ich sie dir. Aber nur wenn du mir einen Block übrig lässt. Komm schon. Wenigstens das. Ein Block übrig lassen? Ja, ich habe noch einen Holzblock. Du hast keinen mehr. Und den werde ich jetzt auch abbauen. Oh, komm schon, bitte. Was willst du? Du willst etwa auf meine Seite, nur weil ich noch Holz habe? Ja. Weißt du was? Leute, ich werde es so oder so gewinnen. Weißt du was? Geht doch auf meine Seite. Macht doch. Ja. Yippie. Du bist der zweitbeste. Oh, jetzt haben wir ihn abgelenkt. Jetzt habe ich aber die Seite für mich. Und werde mir jetzt ganz viele heißen Tools machen, dank eurer Hilfe. Und ich werde mich jetzt schon in die Erde reinbuddeln, denn ich habe schon eine Spitzsacke, Chibi. Schau mal. Oh, schön für dich. Ich muss hier, ich muss hier meine... Oh nein. Das reicht immer noch nicht. Ich brauche einen Holzblock. Oh nein, geh sofort weg. Das ist jetzt meine Seite hier. Hm, verdammt. Oh Leute, das läuft auf mich am Riebchen perfekt. Ich werde jetzt schon nach unten buddeln. So. Was macht das? Bloß mein Baum in Ruhe. Ich brauche neues Holz. Wehe, du machst den... Ey, lass mein Bäumchen in Ruhe. Du bist voll gemein, Mann. Ich hoffe, du verlierst. Und all deine Sachen gehen ins Lava rein. Warum bist du so gemein? Bäumchen, wächst, 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 wächst. Willst du vielleicht dein Gold von mir haben, Chibi? Nein, will ich nicht. Ich will dein ekliges Gold nicht. Ich will... Ich würde dir auch eins gratis geben, Schau. Nein, das kannst du vergessen. Ich... Äh, du hast ja wirklich Gold. Willst du es haben? Ne, behalte das. Weißt du was? Ich kenn dich. Du wirst das eh ins Lava werfen. Ein Apfel. Ich brauche Essen. Lecker, lecker. Hey, 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 hey. Das war meins. Oh Mann. Jetzt hab ich lecker Apfel. Den ess ich jetzt. Nom, 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 nom. Na, dann iss doch deinen Apfel. Ist mir doch egal. Ja, ich werde jetzt auch nach unten buddeln, denn ich werde zuerst die Diamanten finden. Mach doch. Ich, weißt du was? Ich... Oh, hier ist eine Höhle. Das ist perfekt, Leute. Ja. Oh, ähm, ähm, was macht Jimmy außerdem da? Hihi, ich hab einen neuen Baum. Hihi, hihi. Oh, Leute, den muss ich mir klauen. So, und da werde ich ganz viel Äpfel... Hey, was machst du denn hier? Verschwinde von meinem Baum. Den hab ich mir geholt. Das ist nicht fair, Lumi. Verschwinde. Leute, ich klau ihn einfach sein Crafting-Table. Ihi. Sag. Und noch ein Stamm. Ja. Hä? Hey, wo ist mein... Oh, Lumi. Suchst du etwa etwas, ha? Du bist so gemein. Du bist richtig gemein, Lumi. Weißt du was? Ich hätte das echt nicht von dir erwartet, dass du so gemein bist, Mann. Du bist dein gemeinster Bruder, den man haben kann. Vor mir aus. Mach doch, was du willst. Ich werde jetzt aber was richtig Cooles machen, Leute. Und zwar werde ich mir einen Zaun bauen. Seht ihr? So ein... Zack. So, warte. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar Stöcke. Und dann machen wir noch einen Zaun. So. Denn, Leute, wenn ich hier einen Zaun mache, dann kann Jimmy nicht mehr rüberspringen. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Zaun hin. Hi, 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 hi. Oh, oh. Hi, hi, hi. Wer hat den Eisen liegen lassen hier? Haha. Na, Lumi? Willst du jetzt mal dein Eisen wieder haben? Weißt du was? Ich spiele fair. Ich werfe dein Eisenschwert weg, ey. Hier. Haha. Du bist so ein Vollidiot jetzt. Hast du kein Eisen mehr? Ich werde jetzt hier meine Seite abgrenzen. Denn das ist ab sofort meine Seite hier. Macht doch. Mir doch egal. Und zack. Also ihr seht, so sieht meine kleine Base schon aus. Und jetzt werde ich auch erstmal hier schnell noch ein paar Leitern bauen. So. Zack. Und jetzt können wir auch nach unten, Leute. Warte. Wir platzieren die am besten so. Oh, 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 oh. Nicht runterfallen, Lumi. Aua. Oh Mann, das war schon wieder richtig knapp, Mann. So. Aber jetzt, zack, kann ich hier meine Leiter nach oben bauen. Und dann bin ich hier wieder in meinem Haus. Guck, guck. So. Jimmy, ich werde gleich die ersten Diamanten finden. Mach doch. Ist mir egal. Ich werde sowieso meinen Geheimplan dir nicht verraten. Oh, mach doch, was du willst. Leute. Ich muss erstmal wieder schnell was essen. Sonst bin ich gleich tot. So, okay. Hier ist auf jeden Fall der rote Kreis zu Ende. Das heißt, ich nehme jetzt einfach meine Spitzhacke und werde mich hier weiterhin nach unten bauen. Einfach ganz tief hier runter. Oh, wir sind schon ganz schön tief. Aber wir müssen noch tiefer, Leute. Oh, schaut mal. Hier ist Eisen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. So. Eisen können wir nämlich immer gebrauchen. Das heißt, alles schön abbauen. Zack, zack, zack. Und dann geht es hier weiter nach unten. Ich würde sagen, Leute, ich grabe jetzt einfach einen richtig tiefen Tunnel hier nach unten. Bis wir irgendwann unten vielleicht in einer neuen Höhle rauskommen. Und da werde ich dann wieder ganz viele Diamanten finden. Das wird doch richtig klasse. Wir müssen nur abwarten, bis wir eine Höhle finden. Oh, oh, oh. Oh nein. Hier ist der Kreis, Leute. Den dürfen wir nicht verlassen. Oh, ihr seht. Ich bin hier schon am Kreis angekommen. Oh, stimmt. Der Kreis geht ja bis ganz nach unten. Dann werde ich mich jetzt einfach hier am roten Kreis entlang bauen. Oh, komm schon, Lumi. Du wirst Diamanten finden. Du musst nur an dich glauben. Oh nein. Hier ist der Kreis. Oh, Mann. Ich buddel einfach ein bisschen, Leute. Mann, das dauert ja eh... Oh, oh nein. Leute, ich habe eine Höhle gefunden. Eine ziemlich große Höhle, so wie es aussieht. Und schaut mal. Hier ist... Oh, hier ist wieder eine riesengroße rote Wand vom Kreis. Das heißt, wir sind auf jeden Fall... Äh, auf einer ziemlich guten Höhe. Vielleicht können wir hier schon Diamanten finden. Wir dürfen nur nicht aus dem Kreis rauslaufen, Leute. Hm. Aber wartet. Hier ist neues Eisen. Das muss ich auf jeden Fall wieder abbauen. Weil das brauche ich, um meinen kleinen Bruder zu besiegen. Okay. Hm. Vielleicht, Leute, werde ich mich hier erstmal ganz kurz niederlassen. Ich werde nämlich jetzt hier erstmal... Ah, upsie. Wir brauchen einen neuen Crafting Table. So. Denn ich werde hier unten jetzt ein kleines Lager einrichten. So. Da werde ich jetzt einmal hier einen Ofen bauen. Zack. So. Da werden wir jetzt unsere Eisen reinmachen. Und dann werden wir jetzt hier unten ganz kurz unser Eisen braten. Und uns ein Eisenschwert machen. Nen Schild. Und eine Eisenrüstung. Dann, dann werde ich das auf jeden Fall länger überleben. Und mein kleiner Bruder Jimmy wird keine Chance haben. Wir müssen nur warten, bis alles fertig gebraten ist. Und damit es hier unten nicht so kalt ist, würde ich sagen, mache ich hier einfach noch ein kleines süßes Lagerfeuer hin. So. Und dann machen wir hier noch einen kleinen Stuhl hin. So. Zack. Und zack. Und jetzt kann ich mich hier draufsetzen. Kann vom Lagerfeuer sitzen. Und kann warten, bis meine Kohle fertig ist. Das macht doch Spaß, Leute. Das kann jetzt aber ganz kurz dauern. Ich glaube, ich muss jetzt erst mal warten. So. Leute. Mein Eisen ist fertig. Endlich. Jetzt heißt es erst mal ein Schild machen. Und als nächstes einen Brustpanzer. So. Und einen Helm. Zack. Jetzt seht ihr schon. Ziehe ich das an. Tada. Und jetzt bin ich schon richtig gut ausgerüstet. Jetzt kam mir mein kleiner Bruder. Gar nichts mehr, Leute. Seht ihr? Ich sehe richtig aus wie so ein Ritter. Boah. Ich werde jetzt meinen kleinen Bruder überraschen. Und ihm erst mal zeigen, dass er sich mit dem Falschen angelegt hat. Das heißt, wir müssen erst mal wieder kurz nach oben, Leute. Oh nein. Von wo komme ich denn überhaupt? Okay. Ich laufe jetzt kurz wieder nach oben, Leute. So. Da sind wir wieder. Und jetzt ab nach oben. Zurück rein ins Häuschen. Tada. Tada. So. Ha. Kleiner. Oh. Hier brennt doch schon wieder alles. Oh nein. Oh nein. Mein Haus hat Flammen gefangen. Das ist wegen dieser dummen Lava hier. Aber wisst ihr was, Leute? Ich werde das auch jetzt bei meinem kleinen Bruder machen. Denn ich habe ein Feuerzeug. Oh, das war knapp. Ich habe es fast in die Lava geworfen. Was ich sagen wollte, ist, dass ich ein Feuerzeug habe. Und solange mein kleiner Bruder Jimmy unten in seiner Höhle ist. Der hat nämlich auch eine gebaut. Wo auch immer die hinführt. Werde ich einfach sein Haus anzünden. Schaut mal. Zack. Tada. Auf keinen Fall den Kreis verlassen. Hauptsache, wir zünden. Aua. Sein Haus an. Oh. 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 Zack. So. Und. Tada. Oh, das sieht lustig aus. Jetzt brennt einfach alles. Jimmy, wo bist du? Was sind das für komische Geräusche da oben, Lumi? Ich weiß, dass du da bist. Wo bist du? Ich komme jetzt. Ich komme da hoch. Warum brennt mein Haus? Hey. Ich muss mich hier wieder hochbauen. Oh, Mann. Du hast alles kaputt gemacht. Das war ich nicht. Das ist wegen der Lava passiert. Oh, mein Haus. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus wegen dir. Du Blödian. Obst du? Das tut mir leid, dass dein Haus brennt. Das sieht ja richtig doof aus. Ich muss dir eh nicht leid. Aber weißt du was? Dafür habe ich schon mal... Oh, das tut weh. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Dein Haus brennt lichterloh. Das heißt, ich gehe weiter meine Diamanten suchen. Lala, 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 lala. Leute, das hat super funktioniert. Jimmy, sein Haus brennt. Bedeutet, wir haben jetzt genug Zeit, um endlich unsere Diamanten zu finden. Und dann haben wir das hoffentlich auch gewonnen, endlich. Oh, Mann, Leute. Ich habe auch nur echt wenig Herzen. Drei Stück nur noch. Also lang... Oh, hier ist eine neue Höhle. Langsam sollten wir jetzt echt mal Diamanten finden, weil... Oh, Leute. Ich bin in einer Höhle. Und hier sind ja wirklich Diamanten. Oh, was ein Zufall. Ja, ja, ja. Oh, das wird mein kleiner Bruder Jimmy mir gar nicht glauben, dass ich hier einfach Diamanten gefunden habe. Oh, wie super. Ähm, Jimmy? Ja, Lumi? Weißt du, was ich hier unten gefunden habe? Nö, ist mir auch egal. Ich habe schon eigentlich gewonnen. Ich werde es dir zeigen. Oh, mein Gott. Das sind sogar richtig viele. Oh, Leute. Damit werde ich jetzt zu Jimmy gehen. Oh, dann habe ich ja die Challenge eigentlich gewonnen. Oh, das ging ja richtig schnell, Leute. Wie cool. Ab nach oben. So, und da sind wir. Oh, ich muss hier lang. Boah, das ist echt alles so tief. Ich blicke hier gar nicht mehr durch. Lumi, wo bist du? Ich komme doch schon. Oh, Leute. Mein kleiner Bruder wird bestimmt staun, wenn ich ihm jetzt den Diamanten zeige. Boah, dann habe ich einfach gewonnen, Leute. Hier seht ihr sieben Stück. Oh, wie cool. Jimmy, du wolltest mir was... Ja, ich wollte dir was richtig cooles zeigen. Guck mal hier. Hä? Warte mal, was? Du hast auch Diamanten? Woher? Laun, ich werde dich fertig machen. Warte mal. Wenn wir beide Diamanten haben, gibt es ja gar keinen Gewinner. Ja. Äh, dein Haus brennt. Haha. Warte. Wenn es also keinen Gewinner gibt, also wird das alles durch einen Kampf entschieden. Hm, ich glaube auch. Ich werde dich fertig machen. Äh, hau, hau bloß ab, Lumi. Hau ab, hau ab, hau ab. Ich werde dich kriegen. Aber wenn du ein Diamanthelm hast, bleib stehen. Oh, oh, oh. Das ist sehr gefährlich, was ich hier mache. Ich habe dich. Oh, ah, der ist neuer. Ah, ah, das ist knapp, das ist knapp, das ist knapp. Ich darf nicht aufsiegen. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich dich. Oh, oh. Ah, au. Oh, 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 ich schwöre, irgendwas hat richtig wehgetan. Ich muss, warte mal, ich muss raus hier. Hä? Warte mal. Lass, lass mich sofort ra... Lumi? Warte mal. Äh, äh? Ha, ha, Hanna? Was, was, was machst du denn hier? Wo sind wir? Äh, also, so wie es aussieht, sind wir, sind wir hier gefangen. Lasst uns sofort raus hier. Hallo, hallo. Ist hier jemand? Lasst uns raus hier. Oh, ha, Hanna, weißt du, wie wir hier reingekommen sind? Nein, ich bin einfach hier wach geworden. Oh, ich auch. Leute, ihr müsst uns alle hier raushelfen. Könnt ihr vielleicht innerhalb der nächsten drei Sekunden ein Like da lassen? Dann kommen wir vielleicht hier raus. Drei, zwei, eins. Oh, Hanna. Hanna, die Leute haben alle ein Like da gelassen. Wirklich? Ja, wirklich. Jetzt müssen wir nur einen Weg hier raus finden. Also, es gibt eigentlich nur einen einzigen Weg. Und das ist der Weg nach unten, Leute. Lass uns mal nach unten graben, Hanna. Hanna, warte. Oh, und. Oh. Vlog, Leute, ihr seht das. Und wir müssen irgendwie es schaffen, mehr Platz zu bekommen. Warte mal. Hanna, kannst du vielleicht das Stück Holz hier abbauen? Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Komm schon, baus ab. Okay. Vielleicht bekommen wir dann mehr Platz. Und. Hm. Hm. Und. Oh. Ja, es hat funktioniert. Schau, wir haben mehr Platz bekommen. Schau, jetzt haben wir zwei Items und wir haben zweimal mehr Platz bekommen. Warte mal. Lass mich mal die Melone abbauen. Und. Zack. Einsammeln. Siehst du das? Wir kriegen mehr Platz. Okay, Leute. So funktioniert das also. Aber, Leute, bevor es weitergeht, ich muss euch was verraten. Und zwar habe ich im gesamten Video drei kleine Ostereier versteckt. Wenn ihr alle finden könnt, schreibt nach dem Video Hashtag Ostereier in die Kommentare. Ich werde mir alle Kommentare durchlesen. Und jetzt warte mal. Hanna, was hast du eingesammelt? Wir haben wieder mehr Platz bekommen. Ich habe einen Stock. Du hast einen Stock eingesammelt. Das ist super. Warte mal. Wir brauchen noch irgendwas, damit wir mehr Platz bekommen. Oh, ist hier noch irgendwas? Oh, ich glaube, wir haben hier sonst nichts. Warte mal. Oh, ein Weizensamen. Ich sammle das ein. Warte. Und. Ja, es hat funktioniert. Wir haben wieder mehr Platz bekommen. Hast du das gesehen? Ich habe eine Idee. Ah, was hast du vor, Hanna? Da nutzt niemanden, okay? Äh, nein, mache ich nicht. Wir haben sogar schon Holz. Guck mal, da oben. Du hast recht. Komm, helf mir es abzubauen. Und zack. Ich sammle das ein. Du hast es eingesammelt. Und wir haben wieder mehr Platz bekommen. Das ist super. Oh, das ist toll. Danke dir, Hanna. Warte mal. Denkst du auch an das, was ich denke? Hm. Also. Woran denkst du denn? Ich denk daran, dass wir aus diesem, äh, Holz einmal vier, äh, Holzstämme machen. Und dann haben wir jetzt gleich dadurch auch nochmal ein Crafting Table. Das heißt, wir haben damit zweimal unsere, unsere Welt vergrößert. Siehst du das? Wir haben immer mehr Platz. Wir haben immer mehr Platz. Ich hab auch noch ein Holz. Mach das auch zu Holzbrettern. Und super. Jetzt haben wir wieder mehr Platz bekommen, Leute. Wir müssen einfach nur immer ein neues Item bekommen. Okay. Warte mal. Hanna. Siehst du das da unten? Da ist Zuckerrohr. Ich schnapp mir das Zuckerrohr. Oh. Nein. Ich holte es zuerst. Äh. Ich hab's abgebaut. Meine. Ha. Ich hab's. Und wir haben wieder mehr Platz bekommen. Wow. Okay. Warte. Dann lass das Zuckerrohr hier auch direkt anbauen. Und da haben wir immer mehr. So. Dann können wir einen Kuchen machen. Ja. Einen Kuchen. Wenn du willst, kannst du dann einen Kuchen backen. Weil ich hab nämlich echt einen Mordshunger. Aber. Warte mal. Hier sind so Ranken. Kann man die vielleicht auch abbauen? Oh nein. Hanna. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ich weiß nicht, was wir noch abbauen sollen. Leute. Habt ihr eine Idee? Wenn ja, dann lasst innerhalb der nächsten 30 Sekunden ein Abo da, damit wir einen Tipp bekommen. Drei. Zwei. Eins. Oh. Dankeschön, Leute. Ihr habt recht. Hanna. Die Leute meinten, wir sollen den Crafting-Telpe platzieren. Und jetzt sollen wir uns eine Spitzhacke machen und damit Stein abbauen. Boah. Das ist voll schlau. Ja, lass uns das machen. Hast du noch Holz? Bitteschön. Oh, das ist lieb von dir. Warte, dann machen wir einmal einen Stock. Und daraus mache ich uns dann eine Spitzhacke. Oh nein, das reicht nicht, Hanna. Wir haben dann noch mehr Holz. Du hast recht. Dann hilf mir, das Holz abzubauen. Komm schon. Oh je, Mini, Leute. Das ist echt gar nicht so einfach. Wenn ihr überlegt, wir müssen immer mehr Items bekommen. Sonst sind wir für immer hier eingesperrt. Und das wollen wir nicht. Okay. Hanna, pass auf. Wir nehmen jetzt das Holz und machen uns... Oh, das habe ich falsch gemacht. Wir brauchen erstmal Holzbretter. Und dann mache ich uns beide eine Spitzhacke. Warte. Und zack. Jetzt ist das wieder ein Stück größer geworden. Jetzt habe ich eine Spitzhacke und du kriegst auch eine. Oder du machst noch eine Axt. Eine Axt. Warte, mach du eine Axt hier. Danke. Was brauchen wir als nächstes, damit wir noch mehr Platz bekommen wollen? Warte mal, Hanna, wir haben jetzt Wasser. Das bedeutet, wir könnten eigentlich auch angeln gehen. Wir brauchen also eine Angel. Aber ich habe keine Angel. Ich auch nicht. Vielleicht sollten wir erstmal Stein abbauen. Und ich habe es abgebaut. Schau. Es ist wieder gewachsen. Wir haben wieder mehr Platz dazu bekommen. Okay, Leute. Ich habe uns jetzt ganz viele Tools gemacht. Und jetzt baue ich hier direkt das ganze Holz ab. Hanna hat auch schon angefangen, oben die Bäume abzubauen. Weil dann haben wir nämlich gleich ganz viel Holz. Und können uns endlich ein großes Haus bauen. Schaut mal. Ich habe schon ein bisschen Holz von Hanna bekommen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier die Bäume abbauen. Hanna, komm schnell her. Ist dir schon aufgefallen, wie groß unsere Border ist? Wir sind schon fast am Meer angekommen. Siehst du das? Warte mal. Wo ist Hanna? Hä? Hanna? Habt ihr Hanna gesehen? Ich habe dich gefunden. Du brauchst dich nicht verstecken. Du bist hier oben. Ach, Mann. Warte mal. Da ist ein Apfel. Schau mal. Es ist wieder gewachsen. Oh, guck mal. Wir haben jetzt richtig viel Holz. Wollen wir nicht anfangen, langsam unser Haus zu bauen? Hm, aber wo bauen wir das hin? Ah, wir bauen hier ein richtig cooles, großes Haus hin. Hier oben. So. Dann machen wir schön Platz. Und dann bauen wir hier ein richtig cooles Haus hin, Leute. So. Einmal hier nach oben. Dann müssen wir ein bisschen Platz lassen. Dann bauen wir hier auch ein bisschen nach oben. So. Und hier auch. Und hier auch. Zack, zack, zack. Und hier auch. Oh. Und zack. Und jetzt mache ich mir hier noch ein bisschen... Dankeschön, Hanna. Jetzt mache ich mir hier noch ein paar Holzbretter. Und dann können wir ein richtig kleines, süßes Haus bauen. Schau mal. So. Ja. Warte, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen Sand. Und dann können wir uns sogar unser erstes Fenster bauen. Das heißt, wir brauchen als nächstes eine Tür. Warte, eine Tür brauchen wir. So. Wir brauchen eine Eichenholztür. Und die Borde ist wieder gewachsen. Perfekt. So. Das kommt hier hin. Dann brauchen wir noch ein Dach. Dafür brauchen wir Treppen. Ganz viele. So. Ich habe auch wieder ein neues Item da durchbekommen. Siehst du, wie viel Platz wir mittlerweile haben? Dann können wir auch ein großes Haus bauen. Ja, aber ich will erst mal ein kleines Haus bauen. Ich mag es, wenn es gemütlich ist. So. Hanna, du musst mir helfen, jetzt das Haus zu bauen. Warte. Ah, wir... Wir machen das am besten so. Warte. Da oben kommt das Dach nämlich hin. Das kommt so. Auf die andere Seite. Du kannst mir auch helfen, wenn du magst, Hanna. Hanna, hier nimm mal ein paar Treppen. Wir bauen uns ein richtig cooles Holzhaus. Während du das Haus baust, mache ich uns hier einen kleinen Weg nach unten. So. Wir bauen uns hier eine richtig kleine, schöne Insel hin, Leute. Oh. Okay. Das sieht doch schon richtig cool aus. Während Hanna hier das Haus baut. Okay. Jetzt brauchen wir eigentlich... Warte mal. Da unten brauchen wir noch ein kleines Feld. Das können wir uns anpflanzen. Dafür würde ich sagen, nehmen wir uns unsere Weizensamen. Und wir müssen uns eine Hake machen. Warte. Dafür nehmen wir einmal unsere Stöcke. Unser Stein. Und wir machen... Zack. Jetzt habe ich hier eine Axt. Und Hanna, die Border ist wieder gewachsen. Siehst du das? Wir haben schon richtig viel Platz. Was hast du denn gemacht? Ich habe eine Hake gemacht. Denn weißt du, was ich jetzt mache? Schau mal. Ich pflanze uns hier unten ein kleines süßes Feld an. Siehst du das? Zack, 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 zack. Und da auch noch. Schau mal. Dann können wir unser eigenes Essen anpflanzen. Blumi? Ja? Wir müssen die doch größer machen. Weißt du, warum? Äh, warum? Da vorne sind Blumen. Ich weiß. Du liebst Blumen. Okay, Leute. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen Hanna die Blumen besorgen. Okay. Wir dürfen ja keine Zeit verlieren. Wir machen hier alles schön. Ich mache jetzt einen schönen Weg nach oben. So. Dann kann man hier schön zum Feld runterlaufen. und da oben baut Hanna unser cooles Haus hin. Dann haben wir hier unsere kleine Melon-Plantage. Die sieht auch schön aus. Und ich muss sagen, ich habe langsam Hunger. Hast du auch Hunger, Hanna? Ich habe schon gar nicht mehr so viele Essensbalken. Oh nein. Wir müssen schnell was essen, Numi. Du hast recht. Lass uns runtergehen. Da waren ganz viele Fische. Okay. Es wird Zeit, sich Essen zu holen. Komm, Hanna, hilf mir. Aber warum denn die Fische? Wir haben sonst... Das ist doch so schön. Ja, wir haben sonst nichts zu essen. Ich habe Hunger. Oh, kommt her, ihr Fischis. Ich habe Hunger. Oh, kommt her. Und... Zack. Bleib stehen, Fisch. Ich habe Hunger. Und noch einen Fisch. Noch einer. Oh, ich brauche Luft. Luft. Oh. Oh. Warte. Hanna? Hanna! Numi! Ich bin hier. Mach langsam. Wir brauchen noch mehr Fische. Oh, Leute. Wir haben auch jetzt durch die ganzen Fische, haben wir auch wieder ein bisschen ein paar neue Items bekommen. Wir haben schon richtig viel Platz. Und schaut mal. Eine Blume. Damit müssen wir Hanna überraschen. Guckt euch das an, Leute. Ich habe endlich eine Blume. Die werden wir gleich Hanna schenken. Die wird sich bestimmt freuen. Okay. Hm. Oh, Hanna. Schönes Haus hast du hier gebaut. Danke. Ähm, ja. Also, ich muss sagen, das sieht echt schön aus. Ich habe hier... Wo hast du die denn her? Die habe ich gefunden. Und die ist nur für dich. Weil du hast ja so schön das Haus gebaut. Du musst das Dach aber noch fertig machen. Hier hast du noch ein paar Treppen. Okay, schau mal, Hanna. Ich habe uns einen Ofen gebaut. Wo bist du, Hanna? Ich mache das Dach fertig. Ah, okay. Ich mache so lange einen Ofen rein. Oh, Miggy. Ja. Lass nicht laut sein. Äh, ja. Warum? Guck mal da. Ein Schaf. Das heißt, wir können uns endlich Wolle machen und richtige Betten machen, falls es dunkel wird. Aber wir müssen dem Schaf noch einen Namen geben. Du hast recht. Leute, schreibt ihr einen schönen Namen für das Schaf in die Kommentare. Okay, Hanna, aber ich habe jetzt echt Hunger. Lass uns schnell was zu essen machen und endlich mal Glasscheiben in das Haus reinmachen. Komm schon. Okay. Das heißt, wir machen jetzt hier endlich ein bisschen was zu essen. So. Okay. Hanna, kümmere dich um das Glas, damit wir endlich ein paar Gläser machen. Und ich schaue, dass wir unser Küken vielleicht zähmen können. Okay? Okay. Oh, okay, Leute. Ich war jetzt unten und habe das Wasser ein bisschen erkundet. Die Border ist auch gewachsen, weil Hanna hat irgendwas gebaut. Ja, die Gläser sind fertig. Lumi! Ja, Hanna? Ich habe das Coolste der Welt gebaut. Oh, das ist cool. Aber ich habe echt Hunger langsam. Dafür ist das ja. Bist du bereit? Ja. Mach die Augen zu. Ja, ich habe die Augen zu. Was? Was gibst du mir da? Nein. Du hast ein Lagerfeuer gebaut. Ich liebe Lagerfeuer. Das ist voll cool. Oh, das müssen wir direkt hier hin machen. Dann können wir hier uns um das Lagerfeuer immer setzen und können unser Essen braten. Warte. Ich muss uns direkt ein paar Treppen machen. Und ich sehe, wir haben endlich Fenster. Das ist cool. Aber erst mal wird gleich was gegessen, Leute. So, setz dich hin, Hanna. Denn heute gibt es das erste Mal Essen. Und zwar habe ich lecker Fisch gebratene. Oh, lass es dir schmecken. Ich habe echt Hunger. Lecker, lecker. Aber irgendwie bin ich nicht ganz satt geworden. Und ich sehe, es wird dunkel, Leute. Vielleicht sollten wir langsam schlafen gehen, findest du nicht, Hanna? Ja, und wenn wir morgen wach sind, dann... Dann, dann, dann was? Was machen wir dann? Dann gehen wir in eine Höhle. Du hast recht. Da oben gibt es Höhen. Die müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Aber erst mal müssen wir das Schaf finden. Weil es wird nämlich langsam dunkel, Leute. Ihr seht, die Sonne geht schon unter. Oh, weia. Hanna, es ist... Es ist ziemlich dunkel. Wir haben zwar schon richtig viel Platz. Also, Leute, schaut. Wir haben ein richtig großes Grundstück mittlerweile. Aber schau mal, wir sollten uns jetzt an das Schaf machen, damit wir endlich mal ein Bett bekommen. Weil es ist nämlich schon dunkel geworden. Lumi! Ja? Wir müssen aber aufpassen. Ja, hoffentlich kommen keine Monster. Da vorne sind... Creeper! Creeper! Und da hinten ist eine Spinne. Oh, wenn Hanna das sieht... Äh, also... Was ist da? Äh, da ist... Äh, gar nichts. Warum? Äh, also... Okay. Also, ich glaube, es ist besser, wenn du dich vielleicht ins Bett legst schon mal. Ich kümmere mich darum, okay? In welches Bett denn? Äh, das bauen wir uns gleich. Äh, ich mache das schon, Hanna. Bis gleich. Oh nein, Leute. Gleich. Äh, da hinten sind Spinnen. Und Creeper. Oh, wir müssen nur das Schaf besorgen. Und zack. Oh nein, die Spinnen kommen. Oh, ah, 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 Hanna! Hanna! Oh, oh, Hanna, Hanna, Hanna! Lumi! Oh, oh, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein! Hier bin ich! Oh, oh, mach die Tür schnell zu! Oh, weia! Du wirst mir nicht glauben! Was ist das? Da draußen sind Spinnen! Oh! Oh, ich weiß, du magst keine Spinnen. Ich mag auch keine Spinnen. Deshalb habe ich uns Wolle besorgt. Jetzt bauen wir uns zwei richtig schöne Betten, okay? Okay. So, dafür brauchen wir einmal unser Holz. So, dann brauchen wir schnell unseren Crafting Table. Oh, 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 schnell wieder rein. Oh, oh, was machst du da, Hanna? Ich mache Platz für die Betten! Nein, ich wollte doch ein Hochbett bauen! Oh, Mann! Ach so! Warte, wir platzieren jetzt irgendwo hier unsere Werkbank. Die platzieren wir am besten hier auf dem Ofen. So, Latte, dann bauen wir uns jetzt zwei Betten. So, zack! Okay, pass ganz genau auf. Ein Bett kommt hier hin und dann, dann bauen wir uns ein Doppelstockbett. Kennt ihr das, Leute? Dann muss hier eine Stufe hin und dann kommt hier oben auch ein Bett hin. So, warte. So, zack, zack. Und schau, schon haben wir zwei Betten in unserem Haus. Ich schlafe oben. Du willst oben schlafen? Dann schlafe ich unten. Schlaf gut. Gute Nacht! Lumi! Aufstehen! Ich bin, ich bin reingeschlafen. Was ist denn? Ich wollte Essen bra... Warte mal. Wo ist das Eisen hin, Hanna? Hanna? Ich hatte doch Eisen. Was hast du... Hast du das Eisen mitgenommen und mir das geklaut? Ich hab's dir nicht geklaut, das gehört uns beiden. Ja, aber... Ich hab was voll cooles gebaut damit. Äh, was gebaut? Du kannst... Wir wollten uns doch Eisen... Eisenausrüstung bauen. Oh, das hab ich vergessen. Was hast du gemacht? Ich war doch nur zehn Minuten am Schlafen. Also, ich hab einige Heimüxe gemacht, damit wir nicht ausgeraubt werden können. Ja, ich will jetzt wissen, was du... Oh nein, du hast nicht wirklich das Eisen benutzt, um dumme Laternen zu bauen. Das ist maximal Verschwendung. Aber die sind voll schön. Ja, und du... Und komm mit. Warte mal, was hast du denn gemacht? Du hast nicht wirklich unser ganzes Holz verschwendet, um so dämliche Treppen zu bauen. Sag nicht, dass es verschwendet ist. Es sieht schön aus. Ja, es stimmt. Es sieht nicht schlecht aus, aber vielleicht hätten wir das anders nutzen sollen. Was meint ihr? Aber es sieht nicht schlecht aus. Auf jeden Fall sieht unsere Insel dadurch auf jeden Fall um einiges schöner aus. Ich hätte es zwar anders verwendet, aber okay. Ha, und hier oben ist unsere Höhle. Die müssen wir auch noch erkunden. Aber du meintest noch irgendetwas von einer geheimen Kiste. Ich will jetzt wissen, was du da gemeint hast. Was hast du da? Zeig her. Komm mit. Versteckst du etwa was von mir? Nein, falls jemand uns ausrauben möchte. Da sind nur die schönsten und wertvollsten Sachen drin. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wo ist es? Guck mal da. Wow. Unter der Kiste. Eine Kiste unter der Kiste. Und du hast uns das ganze Eisen verbraucht für Laternen. Oh Mann, ich fasse es nicht. Aber unser Huhn hat ein Ei gelegt. Schau. Mein Ei. Da. Äh. Hanna. Guck mal da hinten. Siehst du das? Was? Was denn? Ha. Ey. Hahaha. Das ist nicht nett. Oh. Jetzt bist du auch hier drin. Oh Mann. Das war doch nur ein Spaß. Komm, wir gehen raus. So. Oh. Und ich glaube, wir sollten irgendwie schauen, dass wir noch neue Items bekommen. Ja, du bist auch doof. Guck mal, wie viel Platz wir schon haben. Unsere Border geht bis dahinter. Das heißt, wir können sogar bis ins Wasser jetzt tauchen, Leute. Wir haben jetzt richtig viel Platz. Wir können jetzt durch das komplette Wasser hier tauchen. Ist das nicht cool? Schaut mal, wie viel Platz wir mittlerweile haben. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben auf einem einzigen Block angefangen und haben jetzt eine richtig kleine süße Insel. Ich würde sagen, aber ich habe es gar nicht geschafft, mein Brunnen zu bauen. Und, oh Mann, meint ihr, Hannah ist traurig, weil die hat irgendwie alles aufgebraucht. Wir haben gar nicht mehr genug Materialien für unseren Brunnen. Hannah, was machst du da hinten schon wieder? Lass mich in Ruhe. Was ist los mit dir? Hör doch auf. Was machst du da? Was ist los? Ich habe mir voll die Mühe gegeben, um alles schön zu machen. Und du, du wirfst mich mit Eiern ab. Oh, das war doch nur Spaß. Es sieht doch nicht schlecht aus. Wir haben ein Haus, ein Lagerfeuer, ein kleines Kükengehege. Wir haben unten unser Feld und wir haben eine große Höhle. Also, es sieht ja nicht schlecht aus. Aber ich mache mir trotzdem Gedanken, wie wir hier wieder rauskommen, weil irgendwie sind wir immer noch gefangen in der doofen Wand. Oh Mann. Vielleicht sollten wir Kohle abbauen. Das haben wir noch nicht. Ja, es wird größer. Guckt euch das mal an, Freunde. Der leuchtet einfach wie so ein richtiger Regenbogen. Stimmt's, Jimmy? Er sieht voll cool aus zum Einbeißen. Oh ja. Wenn ihr sowas auch cool findet, dann lasst mal ein Like da. Denn so wie es aussieht, ist das ein Regenbogen-Lucky-Block. Da steht auch, dass wir den Block unter uns abbauen sollen. Ich glaube, wir müssen heute auf einem Regenbogen-Lucky-Block überleben, Jimmy. Oh, das wird richtig cool. Aber am besten bauen wir uns, naja, eine kleine Plattform, oder? Oh ja. Bist du bereit? Ich würde ihn jetzt abbauen. Hm, ich bin sowas von bereit. Let's go! Okay, drei, zwei, eins, und ich baue ihn ab. Hast du was bekommen? Hm, ich habe Erde bekommen. Und zwar gar nicht wenig. Oh, dann gib mir auch mal was ab. Dann bauen wir uns direkt eine Erdplattform. Boah, wie cool. Das heißt, wir können uns direkt eine kleine Insel bauen. Das hört sich supi-tupi an. Okay. Nee. Hm, soll ich denn hierhin platzieren, den Erdblock? Hm, red nicht so viel. Mach einfach. Ich habe keine Lust, hier runterzufallen. Oh, okay. Jetzt haben wir schon mal mehr Platz. Okay. Äh, wenn du noch mehr Erde hast, dann lass uns doch kurz mal eine Insel bauen. Hm, na schön. Okay, ich gebe dir den Rest. Okay. Let's go! Zack! Perfekt! Hier noch ein... Bisschen, warte mal. Jimmy, die Erde ist ja direkt grün geworden. Wie schnell ging das denn? Aber, aber das hängt bestimmt damit zusammen, dass das ein Rainbow-Lucky-Block ist. Stimmt, das liegt bestimmt daran, dass der so besonders ist und leuchtet. Ich glaube, alles, was man um ihn rumbaut, wächst direkt. Wir haben direkt schönes, buntes Gras. Das bedeutet, jetzt bist du an der Reihe. Komm schon, bau ihn ab, trau dich. Na schön, ich trau mich sowas von. Eins, zwei, drei. Oh, ich habe Holz bekommen. Oh, oh, nicht, 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 nicht benutzen. Daraus machen wir... Oh, machen wir was Cooles. Werf mir mal das Holz zu, Jimmy. Na schön, ich vertraue dir. Oh, danke schön. Jimmy, du bist der Beste. Schau mal, daraus mache ich mir erstmal eine Werkbank. So, aufgepasst. Die machen wir dahin. Und das, was immer noch nicht. Denn daraus machen wir uns jetzt ein paar coole Stufen. Denn dann können wir unseren Regenbogen-Lucky-Block richtig cool schön machen. Guck, ich baue das Gras hier ab. So, und dann machen wir diese coole Stufen. Und dann sehen wir immer genau, wo der Lucky-Block ist. Ist das nicht cool? Das sieht richtig cool aus. Wie so ein kleines Lagerfeuer. Boah, jetzt sieht man richtig cool, wie der am Leuchten ist. Das sieht so cool aus. Habt ihr schon mal so einen leuchtenden Regenbogen-Lucky-Block gesehen? Wenn nicht, dann lasst mal ein Abo da. Das wäre richtig nett von euch. Jimmy, baust du ihn schon ab? Oh, was hast du bekommen? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Du hast nicht aufgepasst. Lass mich nochmal abbauen. Es ist runtergefallen. Und? Erde. Oh. Nochmal Erde. Komm schon. Komm schon. Nach unten arbeiten. Und wir können uns, wenn wir Lava bekommen, eine unendliche Steinquelle machen. Okay. Ich würde sagen, Jimmy, du machst dich jetzt an die Arbeit und baust den Block ein bisschen ab. Und ich gucke so lange, dass wir uns einen kleinen Lagerplatz machen, womit wir dann alle Sachen schön lagern können. Okay? Na schön. Okay. Mach's gut, kleiner Block. Tschüss. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So, jetzt habe ich mir ein Fass. Guck mal, was ich bekommen habe. Warte mal. Jimmy, ich habe auch irgendwas bekommen. Wir haben irgendwie ein Upgrade erreicht. Schau mal. Ich habe so ein Regenbogen-Item bekommen. Genau. Das habe ich auch. Lass das mal irgendwo hin platzieren. Warte. Stopp. Ich glaube, das hängt mit diesem Regenbogen-Block zusammen. Damit kann man anscheinend neue Inseln erschaffen. Neue Inseln? Und die miteinander verbinden? Ich weiß es nicht. Lass uns ausprobieren. Mich als erstes. Okay? Okay. Und ich probiere es aus. Drei, zwei, eins. Tada. Was macht das? Ich will auch. Ich will es auf der Seite hier. Eins, zwei, drei. Komm schon, was richtig cool ist. Oha. Hast du schon mal so was cooles gesehen? Nein. Wir haben einfach eigene Inseln erschaffen, Jimmy. Boah. Wie cool ist das denn? Und da gibt es bestimmt Pilzkühe. Oh ja. Cool. Okay. Hast du sonst noch was bekommen? Hm. Na ja. Jetzt, wo du es sagst. Mein ganzes Inventar ist voll. Weil ich so viel schon abgebaut habe. Oh, was hast du alles? Zeig her. Mach schon. Guck mal. Hier. Ich habe Treppen, Lagerfeuer, Setzlinge, Eisen. Oh. Wow. Dann lass uns die Insel größer machen und hier was richtig niedliches hinbauen. Und dann, wenn wir genug Materialien haben, bauen wir eine coole Treppe zu den anderen Inseln. Du hast recht. Ich gebe dir ein paar Sachen. Und ich habe auch Knochenmeh fällt mir gerade auf. Okay. Damit wir echt coole Sachen machen. Laternen. Boah. Damit können wir auch Licht machen, falls es dunkel wird. Supi. Okay. Hast du vielleicht ein Lagerfeuer oder sowas? Aber sowas von. Aber wir brauchen einen Lagerfeuerplatz. Oh ja. Dann nimm noch ein bisschen Gras und lass uns die Insel schön größer machen. Na schön. Okay. Aber pass auf, dass du nicht runterfällst. Natürlich nicht. Perfekt. Okay. Die Insel haben wir schön groß gemacht. Jimmy. Jetzt haben wir auch genug Platz für das Lagerfeuer. Gib mal her. Ich will jetzt ein kleines schönes Lagerfeuer. Ich will ganz schnell zu meiner Insel. Nein. Nein. Das machen wir gleich. Gib jetzt das Lagerfeuer her, Jimmy. Ich will es verraten. Na schön. Ich gebe dir ein Lagerfeuer. Warte. Ich gebe es dir hier. Warte. Hier hast du ein Lagerfeuer. Jimmy. Meinst du nicht auch, du hast noch Setzlinge bekommen? Ja. Aber das sind Tropensetzlinge. Okay. Aua. Aua. Ich brenne. Mann. Pass auf. Ich brauche den Wassereimer. Oh Gott sei Dank. Hab ich Wasser dabei. Boah. Wir bauen uns so eine coole Insel. Und wir bauen auch gleich den Regenbogenblock weiter ab. Vielleicht bekommen wir ja noch mehr Inseln und können uns ein komplettes Inselparadies hierher zaubern, Jimmy. Ja. Das kannst du machen. Ich baue hier so lange weiter. Okay. Und du so lange einen schönen Weg zu den anderen Inseln. Ich mache so lange hier das Lagerfeuer richtig hübsch für uns. So. Da. Dann da noch ein Stuhl. Und da noch einen. Jetzt haben wir hier einen richtig schönen Lagerfeuerplatz. Boah. Jetzt fehlt nur noch ein richtig großer, schöner Setzling. So. Meintet ihr nicht auch, dass er Knochenmehl hat für mich? Oh. Boah. Okay. Okay. Anscheinend muss ich den Block weiter abbauen. Damit ich Knochenmehl bekomme. Ich baue ihn jetzt einfach ganz oft weiter ab. Und los geht's. Komm schon. Regenbogen Lucky Block. Oh. 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 Ich habe wieder so eine Insel bekommen. Sogar zwei Stück. Boah. Ich muss ihn weiter abbauen. Vielleicht bekomme ich noch mehr. Wir bekommen einfach diese Regenbogeninseln. Das ist ja richtig cool. Oh. Ja. Boah. Wir haben ein Upgrade. Und. Oh. Ich habe zwei Inseln. Jimmy Jimmy. Hier liegen noch welche. Vier Stück. Jimmy Jimmy. Komm ja zurück. Ich muss dir was zeigen. Ich habe was richtig cooles bekommen. Nein. Schau dir das an. Ich habe vier. Vier Regenbogeninseln bekommen. Oh. Das ist voll cool. Ich will wieder machen. Gib mir. Gib mir eine wenigstens. Warte sofort. Wir müssen die erstmal ausprobieren. Okay. Nimm du eins. Ich mache die anderen drei. Okay. Okay. Das machen wir so. Leute. Bevor ich das mache. Stellt sicher, dass ihr das Video geliked habt. Das wird richtig cool. Wir erschaffen jetzt weitere Inseln. Okay. Wie wäre es als nächstes in die Richtung. Bist du bereit Jimmy? Jetzt mach schon. Hoffentlich sind da Dias dabei. Gib mir die Daumen. 3, 2, 1. Und zack. Dias. 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 Insel. Ein Turm. Das ist auch cool. Komm. Jetzt bist du an der Reihe. Okay. Ich mache meinen genau neben meiner Insel. Die sollen sich miteinander verbinden. Okay. 3, 2, 1. Jetzt. Wie cool. Guck mal was da ist. Eine Dschungelinsel. Oh Jimmy. Das ist eine richtig tropische Insel. Die sieht ja richtig cool aus. Ich will zu meiner Insel. Sofort. Ich habe aber noch zwei. Lass mich auch noch werfen. Ich werfe meine noch darüber. Warte. Direkt neben den Turm. Und zack. Bitte bitte. Ah. Du hast Kaktisse bekommen. Aber warte mal. Über eine Kiste. Das sieht aus wie ein Tempel. Aber außerdem habe ich noch eine. Und. Boom. Und was bekomme ich? Ein Lagerfeuer. Guck mal. Wir haben um unsere Insel richtig viele andere Inseln. Das ist ja mal richtig cool. Okay. Jimmy. Ich würde sagen. Wir teilen uns jetzt wieder auf. Ich werde die Insel kurz ein bisschen schöner machen. Und du baust so lange überall einen Weg zu den anderen Inseln hin. Ist das ein Deal? Okay. Aber wenn ich was finde. Gehört das mir. Wir teilen. Wir sind ein Team kleiner Bruder. Okay. Wir ein Team. Bis gleich. Bis gleich. Und dann hier noch eine Melone. Boah. Schaut mal. Ich habe unsere Insel jetzt richtig süß gemacht. Boah. Hier sieht es jetzt richtig gemütlich aus. Schaut mal. Ein Lagerfeuer. Ein paar Melonen. Ein paar mehr Bäume. Dann hier ein kleines Wasserbecken. Und dann haben wir hier unseren Regenbogenblock. Den wir richtig cool abbauen können. Oh. Guck mal. Da kommen mittlerweile so viele coole Sachen raus. Aber ich will, dass wir noch mehr Inseln bekommen. Kommt schon. Mein Hühnchen. Aber ich brauche mehr Inseln. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und? Und? Habe ich eine bekommen? Oh. Ja. Und ich habe sogar Diamantensachen bekommen. Zwei Diamantenblöcke und ein Diamantem. Das wird mir Jimmy ja niemals glauben. Oh. Das muss ich Ihnen unbedingt zeigen. Jimmy. Jimmy. Oh. Oh. Jimmy. Was hast du denn gemacht? Er hat ja wirklich richtige Wege überall hingemacht. Jetzt können wir einfach zu den ganzen Inseln hinlaufen. Jimmy. Wo bist du denn? Lumi. Ich bin hier bei dieser komischen Insel hier drüben. Bei welcher? Ich sehe dich nicht, Jimmy. Ja. Hier. Hier. Links von dir. Ich komme. Ich komme. Du wirst mir nicht glauben, was ich alles bekommen habe. Schau mal meinen Kopf an. Haha. Boah. Wie cool ist das denn? Ich will auch. Ja. Ich habe noch 18 weitere. Aber das war nicht alles. Ich habe auch noch zwei neue Spawninseln bekommen. Boah. Ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Okay. Wir machen das gleich. Erstmal würde ich sagen, müssen wir uns ein paar coole Diamant-Tools machen. Also zum Beispiel mache ich uns beiden mein Diamantschwert. Was hältst du davon? So. Eins für mich. Und eins für dich. Ich brauche eigentlich gar keins, weil ich da drüben eine Kiste gefunden habe mit dem Diamant-Schwert. Oh Mann. Ja, weißt du was? Dann behalte ich die Ressicht-Diamanten für mich und mache mir eine komplette Diamant-Rüstung. Verdammt. Jetzt reicht das nicht mal mehr für eine Hose, du Blödmann. Hose? Hast du Hose gesagt? Hier, ich schenke dir eine. Hast du wirklich eine? Ja, da. Was, du? Guck mal, jetzt habe ich eine komplette Diamant-Rüstung. Und? Komm schon, komm schon. Oh, das ist ein bisschen klein. Wir werfen nochmal in die Richtung eine. Und? Mach, 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 mach. Zack. Und was kommt raus? Ein riesengroßer Turm. Jetzt müssen wir alle Insel mal erkunden gehen. Komm mit, Jimmy. Okay, geh mit zuerst zu der Pilzinsel. Oh ja, die erkunden wir als allererstes. Es gibt hier echt richtig viel zu entdecken. Ich glaube es gar nicht, aber das heute macht ja mal richtig Spaß. So, hier ein bisschen, davon ein bisschen, dann davon ein bisschen und hier noch ein bisschen Suppi. Ab zur nächsten Insel, los geht's. Okay, das ist meine zweite Insel und die ist irgendwie richtig ökliberig mit Sumpf. Boah, das ist ein kleiner Mini-Sumpf, aber irgendwie gefällt er mir. Hier wachsen auch so Sachen von der Decke. Boah, schau mal. Das sind Mangrolen. Boah, Leute, findet ihr, dass das cool aussieht? Ich würde hier echt gerne so ein kleines Zimmer bauen. Das wäre richtig gemütlich, hier einfach unter den Bäumen. Aber wir haben nicht so viel Zeit. Jimmy, es gibt noch ganz viel weitere Inseln, die wir erkunden müssen. Kommt schon. Noch mehr. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Nicht, dass da irgendwelche Hexen sind oder so in den Türmen. Beruhig dich. Wir bauen jetzt hier das bisschen ab und dann können wir hier zur nächsten Insel laufen. Hier ist einfach so ein richtig großer Pillager-Turm. Schau mal. Pillager-Turm? Ist da nicht immer eine Verzauberung drin? Eigentlich wohnen hier böse Leute. Normalerweise haben die eine Kiste oben. Lass mal nachschauen gehen. Ja, 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 ja. Let's go. Wir gehen nach oben und schauen. Hier ist gar niemand. Hier ist gar nichts. Okay, da bist du. Oh, die haben uns veräppelt, die Blödmänner. Ich gehe nach unten. Oh, das war knapp. Upsi. Okay. Jimmy, ich laufe weiter zur Sandinsel. Hey, warte auf mich. Oh, ja, beeil dich. Komm schon. Mal gucken, was sich hier versteckt. Hier ist ein Kessel. Den können wir mitnehmen. Wow. Kannst du ihn abbauen? Hast du eine Spitzhacke? Ja, ich habe eine Spitzhacke, aber hier geht es voll weit runter. Ich glaube, kennst du das nicht? Da unten sind immer Kisten und Redstone. Was ist los? Da unten ist nichts, Jimmy. Dann baue ich eben das jetzt ab. Okay, mach das. Den Kessel sollten wir mitnehmen auf jeden Fall. Supi. Okay, dann lass uns mal weiter zur nächsten Insel schauen. Und guck mal, hier ist ein Hühnchen und ein Lagerfeuer. Sieht auch echt gemütlich aus. Und hier ist eine Kiste. Ja, ja, mach sie auf, mach sie auf, mach sie auf. Und da. Das wirst du nicht glauben. Fünf weitere Sporninseln. Und ganz viele Diamanten und ganz viel Eisen. Jimmy, das ist ja unfassbar cool. Jetzt können wir fünf weitere Inseln machen. Eigentlich können wir schon von hier aus eine neue Insel spawnen. Boah, ja, du hast recht. Lass uns mal, oh, lass uns die nächsten Inseln mal in die Mitte machen. Das wäre cool. Weil hier ist ein bisschen leer. Ja, wir machen die nächste Insel dahin. Und tada. Boah, eine Pilzinsel. Boah, cool. Ich mach noch eine. Und tada. Los geht's. Bamm. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Kaiser. Aber warte, Jimmy. Ich hab noch drei. Ich werf noch eins. Warte. Lass mich das andere hier hinwerfen. Und los geht's. Und bam. Bamm. Boah, du hast sie fast verbunden. Wie cool. Ja, warte. Das war's noch nicht. Ich hab noch eine. Die machen wir da hinten hin. Und los geht's. Und bam. Oh mein Gott. Ein Enderportal. Hast du's gesehen? Ich hab's gesehen. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Zack. Und bam. Boah. Oh, wie cool. Wir haben so viele Inseln. Schau mal. Das sieht alles so schön aus. Und schau mal. Hier gibt's sogar Felder. Hier gibt's ganz viel Essen. Lecker Schmecker. Ja, jetzt muss ich aber ganz schnell da hoch gehen. Weil da sind bestimmt ganz seltene Dinge. Warte auf mich, Jimmy. Lass uns erstmal die Insel abernten. Wir müssen auch noch. Oh, oh. Darunter. Da sind Häuser. Und sprung. Ich hab einfach ein Waterhematchi geschafft. Wie cool. Jetzt esse ich erstmal schnell eine Kartoffel. Weil ich hab echt Mordshunger. Nom, 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 nom. Lecker Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Nom, 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 nom. Und nom. Noch eine. Lecker. Okay. Hier ist ein Boden. Was ist hier oben? Gibt's hier oben noch irgendwas? Hier sind so Häuser. Hier gibt's Betten. Die müssen wir mitnehmen. Falls es dunkel wird. Zupi, dupi. Hier oben ist auch noch ein Haus. Hier ist noch ein Bett für Jimmy. Perfekt. Jimmy? Jimmy, was machst du da? Nicht so schnell. Warte doch auf mich. Aber ich will gucken, was hier ist. Und hier ist ein Endportal. Ich weiß. Warte doch auf mich. Ich komm zu dir. Okay. Oh Mann. Du bist immer so voreilig mit allem, Jimmy. Ich will eben die guten Sachen. Du weißt. Oh, lass mich doch erst mal zu dir kommen. Und? Jetzt berei dich. Ja, los, schnell. Oh. Das Enderportal ist ja direkt über unserer Hauptinsel. Mhm. Das ist kein Zufall. Das sag ich dir. Oh, ich bin gleich oben. Warte auf mich. Oh, zack. Warte noch ein kleines bisschen. Ich bin da. Guck mal, was passiert, wenn man nass ist? Jimmy, du bist unsichtbar. Wo bist du? Ich bin ja auf einmal hier. Und dann bin ich nicht hier. Wo bist du, Lumi? Ich will das auch mal machen. Lumi, wo bist du? Ich weiß nicht. Ich teleportiere mich. Du warst da oben. Oh, wie cool. Oh Mann. Leute, meint ihr, wir sollen den Regenbogen Lucky Block und weiter abbauen? Dann bekommen wir vielleicht Enderaugen und können ins End gehen und den Enderdrachen besiegen. Das wäre ein super cooles Ende. Okay, lasst uns das machen. Warte, Jimmy, ich komme wieder runter. Ich habe schon so eine Frucht gegessen und bin schon hier. Okay, lasst uns den Regenbogen Lucky Block mal lieber weiter schnell. Okay, ich kriege das alleine hin. Jimmy, du kannst... Nein, lass mich auch. Lass mich das machen. Du bist so gemein, Mann. Ja, dann mach doch eben. Mach ich auch. Ich werde uns ganz viele coole Sachen freischalten. Das macht so einen Mordspaß. Dieser Regenbogen Lucky Block ist einfach unfassbar cool. Er gibt uns so viele coole Sachen. Ich würde sagen, ich platziere jetzt erstmal kurz hier noch unsere Betten, damit wir auch schlafen können, wenn es dunkel wird. So, das sieht doch supi aus. Und... Warte mal. Hier ist ein Enderauge rausgekommen. Ja, tatsächlich. Ein Enderauge. Ja, ja. Oh, oh, oh. Hier kommen ganz viele raus. Ja, 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 ja. Oh, jetzt habe ich so viele Enderaugen. Damit können wir ins End und den Enderdrachen besiegen. Yippie. Und ich habe auch noch eine Insel. Oh, das wird Jimmy gar nicht glauben. Jimmy, Jimmy. Ich habe Enderaugen und noch eine richtig coole Insel. Boom. Wie kriege ich das Endportal an? Komm schon. Oh, Mann, du Blödmann, Jimmy. Er ist bestimmt wieder oben, wenn ich das richtig gehört habe. Oh, Mann. Komm, geh an. Erde. Nein. Jimmy, warte doch auf mich, du Dussel. Hm? Mann. Oh, so wird das nichts. Guck mal. Du brauchst sowas hier. Was ist das? Das sind Enderaugen. Boing. 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 Aber was ist das für ein Zaun? Bist du bereit, Jimmy? Ähm, was passiert jetzt, Lumi? Aufgepasst. Hä? Geh lieber raus da. Oh, na schön. Und boing. Wie cool sieht das denn aus? Da sind ganz viele Kristalle drin. Das ist das Enderportal. Ja, wenn wir da reinspringen, müssten wir den Enderdrachen be... Ist ja wahnsinnig. Wir müssen hinterher schnell... Oh, das sieht gruselig aus. Jimmy, wo sind wir denn hier gelandet? Hm, ich will es hier gemütlich haben. Das ist gruselig. Jimmy, wir sind beim Enderdrachen. Wir müssen den jetzt besiegen, du Dummkopf. Was? Entschuldigung. Wo geht es denn hier raus? Ich weiß es nicht. Es muss irgendwo einen Weg hier raus geben. Siehst du das oben? Schau mal. Der Enderdrache ist da. Da steht Enderdrache. Los, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Ich glaube, wir sind richtig hier. Boah, ich glaube es nicht. Das ist das erste Mal, dass wir den Enderdrachen besiegen. Das wird so cool. Zum Glück habe ich eine Diamantenrüstung. Boah, Jimmy, wir sind endlich oben angekommen. Jetzt, jetzt wird es... Oh, oh. Der Enderdrache kommt direkt auf uns zu. Er ist da weg mit ihm. Schnell, schieß ihn ab, Jimmy. Weg mit dir. Ich muss ihn treffen. Enderdrache, nimm das. Nimm das, Enderdrache. Los. Los, wir müssen ihn angreifen. Okay, jetzt ist es an der Zeit, den Enderdrachen zu besiegen. Ich habe ein Schild. Und Gott sei Dank auch eine Rüstung. Jetzt, jetzt schnell zu ihm. Ich werde ihn fertig machen. Komm hier, Enderdrache. Nimm das. Na gut, Achtung, Lumi, er ist stark. Aua, aua, aua. Der ist wirklich richtig stark. Oh nein. Hatt ich doch. Ich muss schnell was essen. Ich bin fast tot. Was? Aber der hängt da fest. Wir können den Easy Down kriegen jetzt. Komm schon. Okay. Oh, oh. Pass auf. Er fliegt wieder davon. Wir müssen mit dem Bogen auf ihn schießen. Nimm das, Enderdrache. Oh nein. Nimm das. Ich habe ihn. Achtung. Weg mit dir. Achtung, er kommt wieder. Wow. Oh nein. Aua, aua. Mich greift zu einem dummer Enderman an. Nein, er tut sich wieder regenerieren. Oh, der Blutmann. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Jetzt schieß mir wieder auf ihn. Komm schon. Nimm das. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Jetzt. Angriff. Angreifen, angreifen, angreifen. Konstant. Auf ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Das böse Enderdrache. Komm schon. Komm her. Ja, wir haben es gleich jetzt. Greif ihn an. Weiter, weiter, weiter. Konstant. Weg mit dir. Wir kriegen das hin, Lumi, zusammen. Und weg mit dir. Ich schieße mit dem Pfeil und Bogen auf ihn. Ich auch, ich auch. Und jetzt haben wir nur noch 10%. Nur noch ein ganz kleines bisschen. Weg mit dir. Böse Enderdrachen. Und weg mit dir. Ja, wir haben es geschafft. Lumi. Ich glaube, wir haben es. Jimmy. Ich glaube auch. Wir haben es geschafft, Minecraft durchzuspielen. Leute, schaut mal. Das Wetter ist heute richtig schön. Die Sonne scheint. Und ich. Äh, Brexie? Hä, Lumi? Äh, du siehst aus wie ein Superheld. Hä? Guck dich doch mal an. Du bist Spider-Man. Äh, ich bin... Hä? Spider-Man? Leute, ich will dich ja nicht unterbrechen. Aber ich, ich fall dir gleich runter. Hilfe. Jimmy, du hängst da ja. Warte mal. Stopp, Leute. Was ist hier überhaupt los? Seht ihr das? Wir sind alle gemeinsam auf einem einzigen Block. Und warum haben wir Superheldenanzüge an? Schaut mal. Ich sehe aus wie Spider-Man. Brexie ist Superman. Und Jimmy ist Batman. Aber wir sollten ihm erstmal hochhelfen, Brexie. Meinst du nicht? Mhm. Oh Mann, wir müssen uns vereilen. Oh, Leute. Wollt ihr, dass wir meinem kleinen Bruder helfen? Oder sollen wir ihn... Naja, ihr wisst ja, er ist nervig. Sollen wir ihn einfach fallen lassen. Wenn wir ihm helfen sollen, dann lasst du auf jeden Fall jetzt unbedingt ein Like da, Leute. Kommt schon. Drei, zwei, eins. Oh, okay. Ihr habt alle geliked. Jetzt aber schnell. Oh, komm schon, Jimmy. Halt dich fest. Ja, mehr, mehr. Ich rutsche wieder ab. Hilfe, 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 Hilfe. Ich... Er rutschte ab. Was sollen wir machen, Brexie? Oh, Lumi. Du bist Spider-Man. Benutz doch deine Superheldenkräfte. Oh, meine Superheldenkräfte? Oh, Jimmy. Nein, nein, nein. Ich hab dich. Ich hab ihn. Mein... Zieh ihn hoch. Mein Spider-Netz hat ihn. Ich zieh dich nach oben. Warte, Jimmy. Komm schon. Oh, weiter. Oh, und... Oh, was ist das? Das ist voll klebrig, Lumi. Oh. Oh. Das ist der beste, Lumi. Mann, das war richtige Superheldenaktion, Leute. Wie cool. Wir haben wirklich richtig echte Superkräfte. Aber wartet mal. Worauf stehen wir überhaupt? Das ist ein Grasblock. Hä? Ich... Oh. Ich glaub... Ich glaub, das können wir essen, Lumi. Essen? Bist du dir sicher? Äh... Ich bin dafür, dass wir es abbauen und uns eine richtig coole Superheldenbase hier oben bauen. Denn wir müssen heute anscheinend auf einem einzigen Block überleben, Leute. Und das Ganze als Superheld. Also, worauf warten wir? Ich baue den jetzt ab, ob ihr wollt oder nicht. Mann, mach das nicht. Ja. Huh. Huh. Schau mal. Es hat funktioniert. Ich hab einen Block Erde bekommen. Und schwupps, schon haben wir mehr Platz. Ist das nicht cool? Das ist mega. Komm, nochmal. Ja, nochmal. Ich baue ab und... Nochmal Erde. Ja, kommt schon. Und zack, jetzt haben wir schon mehr Platz. Hä? Warte mal, Jimmy. Mach nicht so schnell. Irgendwie kann ich... Kann ich super schnell Sachen abbauen. Ich weiß auch nicht, warum. Du bist... Ich glaub, das ist meine Superfähigkeit. Okay, aber was kannst du dann, Braxy? Äh, ich seh gut aus. Äh, warte, Jimmy. Das werden wir ändern. Warte, pass ganz genau auf. Und zack, ha! Ich seh nichts mehr. Hilfe! Oh, Leute. Ich hab Braxy einfach mit Spinnnetzen eingeklebt. Schaut mal. Braxy, du hast jetzt überall Spinnnetzen im Gesicht hängen. Haha. Oh, ist das eklig, Mann. Oh, warte mal. Äh, ja? Superman hat doch Gläser-Augen. Äh, nein. Oh, warte. Braxy, beruhig dich. Lieber bauen wir den Block jetzt weiter ab und bauen uns eine coole Base. Wie wär's, wenn du jetzt abbaust, hä? Hm, genau. Oh, noch mehr Erde. Okay, das heißt, ich werd das jetzt auch ganz oft abbauen. Ich will auch... Oh, wir haben Holz bekommen. Ihr wisst, was das heißt. Wir können uns ein Crafting-Table bauen. Und dann werden wir uns ein komplettes Superhelden-Imperium aufbauen. Kommt schon, helft mir, Jungs. Wir müssen hier eine richtig coole Superhelden-Insel bauen. Und Block für Block. Oh, ein Kürbis. Und noch ein Kürbis. Das ist richtig cool. Yippie. Okay, ihr baut den Block weiter ab. Und ich werd jetzt erstmal ein Crafting-Table bauen. Dafür machen wir Holz. So, so, an, so. Und zack. Und schwuppdiwupp. Oh, wir haben hier... Wir haben hier einen Jimmy in groß. Oh, du bist gemein, Brinksy. Okay. Habt ihr vielleicht auch was anderes bekommen, außer diese Kuh? Nur Grasblöcke. Wenn ich dir das gebe, gibst du es mir wieder zurück. Nein, wir müssen doch jetzt eine coole Insel bauen. Gebt schon her, wir teilen... Hör auf damit. Nein, sie hat mich angeschaut. Wir müssen doch teilen. Also, kommt her, schaut mal. Ich hab eine Werkbank für uns. Und ihr gebt mir jetzt eure Grasblöcke, damit wir uns eine coole Insel bauen können. Mann, aber ich will dir nicht alles geben, Blum. Ich geb dir nur die Hälfte. Okay. Oh, warte mal. Woher habt ihr so viel Gras her? Die haben richtig fleißig abgebaut. Das heißt, wir werden uns jetzt eine richtig coole Insel zusammenbauen. Oh. Und, Leute, habt ihr vielleicht einen coolen Namen für unsere Kuh? Wenn ja, schreibt auf jeden Fall jetzt einen richtig coolen Namen in die Kommentare. Und der Kommentar mit den meisten Likes. So wird unsere Kuh dann heißen. So, meine Freunde sind schon ganz fleißig am Bauen. Denn wir werden uns eine richtig coole Superheldeninsel bauen. Aber meint ihr, ich kann die Kuh vielleicht mit meinem Spider-Netzen zu Fleisch verarbeiten? Weil ich hab echt Hunger. Aufgepasst, Freunde. Jetzt gibt es lecker Fleisch. Boah, mach. Okay. Dafür werde ich jetzt meine Superhelden-Spiderman-Fähigkeit einsetzen, Leute. Wenn ich das machen soll, lasst jetzt unbedingt ein Abo da. Das wird richtig cool, Leute. Kommt schon. Okay, drei, zwei, eins und Spider-Man. Wow. Wow. Habt ihr gesehen? Ich hab irgendwie ein elektrisches Spider-Netz geschossen und hab sie somit zu Fleisch verarbeitet. Mein Fleisch. Äh, das ist unfair. Hey, was gehört, Lumi? Das ist mein Fleisch. No. Okay, tschuldigung, Lumi. Andere Frage. Wir haben so viel Gras gepflanzt, dass ich gar nicht mehr weiß, wo unser magischer Block ist. War der hier? Ja. Da ist er. Lasst uns jetzt weiter abbauen. Ich würde sagen, Leute, wir drei nutzen jetzt all unsere Superfähigkeiten gemeinsam, um so schnell wie möglich eine coole Superhelden-Base zu bauen. Das heißt, wir bauen jetzt alle gemeinsam den Block ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, und zack. Okay, das sieht gut aus. Braxy, wie weit bist du mit dem Laser? Ich bin so gut wie fertig. Boah, schaut mal, Leute. Wir haben jetzt hier so ein richtig cooles Superhelden-Hauptquartier gebaut. Braxy, das hast du echt cool gemacht mit dem Laser. Dankeschön. Überall ist jetzt so Laser. Und warte mal, wo kommt dieser riesige Baum her, Jimmy? Lumi, schon mal hier. Hör, du hast nicht schon wieder einen Baum gepflanzt, Jimmy? Na klar, ich bin hier unten. Komm mal her. Warte, Braxy, das müssen wir uns... Warte, Leute. Ich werde die beiden erschrecken. Da ich ja ein Superheld bin, Leute, werde ich jetzt einfach fast auf ein Netz nach oben schießen. Zack. Und... Wow. Oh, wie cool. Zack. Und schon bin ich auf dem Baum oben. Jetzt kann ich die unten einfach erschrecken. Wo sind die beiden? Die sind da unten. Ne. Braxy, wo ist jetzt Lumi, Mann? Ich wollte dir meinen Baum zeigen. Hä? Der war doch gerade noch hinter mir. Ja. Lumi, wo bist du? Lumi. Leute, Spider-Man sein ist richtig cool. Die suchen mich einfach, aber finden mich nicht. Oh, das ist ja richtig lustig. Leute, ich werde jetzt einfach fast auf deren Kopf drauf werfen. Und... Zack. Lumi. Hä? Hä? Au. Das hat wehgetan. Au. Brixi. Was war das? Da ist was auf meinen Kopf geflogen. Hä? So ein Apfel. Die dürfen mich nicht sehen, Leute. Boah, wie lustig. Okay, ich glaube, ich komme jetzt nach unten und erschrecke die beiden. Oh. Oh. Ah. Alter, Lumi. Hallo, Lumi. Ah, erschrocken. Oh. Ah. Was wolltest du mir denn zeigen, Jimmy? Ich will dir gar nichts mehr zeigen. Wegen dir habe ich eine Beule am Kopf und die tut richtig weh. Und Braxy, du musst mir helfen. Du bist doch Superman. Kannst du nicht irgendwas tun gegen meine Beule? Ich glaube, ich kann dir nicht helfen, Jimmy. Das tut mir leid. Genau. Das ist so, wie es ist. Ich glaube, wir sollten uns lieber wieder an die Arbeit machen, ihr Schlafmützen. Wir müssen unseren Block weiter abbauen. Und zack. Oh, Holz, Leute. Wie cool. Ich werde das jetzt einfach alles ganz alleine abbauen. Na, 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 na. Hey, ich will auch abbauen. Nein, das ist mein Block. Ich baue den jetzt so lange ab, bis ich wieder richtig coole neue Superhelden-Sachen bekomme. Weil ich will mir noch ein richtig eigenes, cooles Haus bauen. Oh, oh, Mann. Er kann so schnell abbauen. Das ist seine Superfähigkeit. Schneller, schneller, schneller. Ich will richtig coole Sachen haben. Warte mal. Da kam gerade irgendwas richtig krasses raus. Hör mal auf. Warte mal. Hä, was? Hä? Schau mal. Hier zum Beispiel. Das ist eine Superhelden-Tür. Siehst du nicht? Ich habe auch welche. Und ich habe sogar eine Gefängnis-Tür. Oh, wie cool. Da können wir ja jetzt ein richtig cooles Superhelden-Haus bauen, oder nicht, Braxy? Hm. Hm. Leute. Was willst du? Wirklich nur ein Superhelden-Haus bauen? Das ist doch voll langweilig. Lass doch da oben einen Aufzug bauen. Ich habe nämlich auch Aufzugteile bekommen. Schau mal hier. Warte mal. Aufzug? Eine Fernbedienung? Warte mal. Leute. Das bedeutet, wir können uns einfach einen funktionierenden Fahrstuhl bauen. Wie cool wäre das, wenn wir einen Fahrstuhl hätten, der uns nach oben fährt. Und dann haben wir hier oben einfach eine richtig coole Superhelden-Base. Warte. Das muss ich mir anschauen. So. Zack. Und schwupp. Wow. Leute. Spider-Man-Sein macht Spaß. Ja. Also, ich habe eine gute Aussicht. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier eine Plattform bauen? Und dann einen Fahrstuhl nach hier oben machen. Oh, das ist eine richtig coole Idee. Dann ist unsere Base oben. Ja. Ja, dann haben wir eine OP-Base. Okay. Ja, dann würde ich sagen, baue ich jetzt hier schon mal eine kleine Plattform hin, Leute. Für unseren Fahrstuhl gleich. So. Zack. Das kann jetzt kurz dauern, Leute. So. Zack. So. Jetzt müssen wir hier diese Teile nehmen. Und die müssen dann hier platziert werden. So. Oh, dass wir auch nach oben fahren können. Und das gleiche muss jetzt nochmal unten hingemacht werden. Oh. Ich würde sagen, ich mache das kurz, Leute. So. Der letzte Block, der muss jetzt noch mit der Fernbedienung verbunden werden. So, Leute. Spider-Man-Lumi hat jetzt alles mit der Fernbedienung verbunden. Ich muss jetzt hier nochmal diesen Kontrollblock hinmachen. Jetzt muss ich das einmal noch verbinden mit der 2. weil, äh, hier oben ist... Oh, oh, oh. Hä? Braxy? Jimmy? Was macht ihr denn da oben? Wir bauen weiter. Oh, die bauen eine komplett zweite Etage da oben hin. Ich sag doch, wir bauen die krasseste Superhelden-Base in den Wolken, die ihr je gesehen habt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal den Fahrstuhl und hoffe natürlich auch, dass er funktioniert. Okay, das ist alles verbundene. Jetzt stelle ich mich hier drauf und muss nur noch auf die 2 drücken. Und es funktioniert. Der Fahrstuhl geht. Tada. Schaut mal, Jungs. Guck, guck. Hä? Wo kommst du denn her? Ja, ich habe den Fahrstuhl benutzt. Kommt alle her. Ich zeige euch das. Ähm, okay. Kommt alle drauf. Achtung, wir fahren jetzt gemeinsam nach unten. Zack. Wow. Ist das nicht cool? Hä? Oben. Tschüss. Brixi. Oh, er ist einfach abgehauen, Jimmy. Und jetzt, wie kommen wir da wieder hoch? Ja, ich hole ihn einfach nach unten. So. Und schon kommt der Fahrstuhl wieder. Warte auf mich. Jungs. Ach, Mann. Ich wollte alleine fahren. Oh, Mann, Leute. Das macht richtig Spaß und ist richtig cool. Okay. Ich glaube, Brixi, wir müssen aber ein bisschen Luft lassen, sonst ist es doch unten total dunkel dann. Nö, müssen wir nicht. Nö, müssen wir nicht. Nicht alles soll dunkel sein, weil ich Batman bin. Oh, Mann. Ich habe aber Angst im Dunkeln. Naja, wie er meint. Ich würde sagen, ich fahre jetzt nach unten. Macht ihr doch, was ihr wollt. Oh, Mann, Leute. Das macht keinen Spaß mehr. Ich habe jetzt schon richtig lange abgebaut. Oh, es ist schon dunkel. Hä? Warte mal. Leute, kam das aus dem Block raus? Habt ihr das ge... Was ist das denn? Ist das etwa eine Superheldenwaffe? Schaut mal. Hä? Ich kann damit zielen. Schaut mal. Wow. Ich kann damit richtig schießen, Leute. Leute, das ist ja richtig cool. Ha. Das werden mir meine Freunde niemals glauben, dass ich einfach aus dem Block eine... Jimmy, alles gut bei euch da oben? Jimmy? Hä? Brixi? Irgendwas stimmt nicht. Ich muss nach oben, Leute. Freunde, geht es euch gut? Was ist denn hier los? Hey. Hä? Oh, richtig viele Monster. Ich werde euch helfen. Schaut mal. Ich habe eine... Hey, lasst mich doch nicht alleine mit den Monstern. Leute. Ich werde jetzt meine Waffe nehmen, die ich bekommen habe. Ich werde euch beschützen. Nimm das. Bang, 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 bang. Hä? What? Weg mit euch. Nimm das hier, du Monster. Weg mit euch. Ah, da ist noch einer. Nimm das. Oh, Mann, war das knapp, Leute. Ich habe sie alle verprügelt. Mit meiner... Hä? Ja, ihr hättet ruhig mal helfen können, ihr Angsthasene. Ich habe euch geholfen. Habt ihr das gesehen? Das war alles ich. Na, hä? Hier sind noch welche, Lumi. Das war Brixi. Der hat alles gemacht. Weg mit euch. So, jetzt aber. Oh, Mann, das war knapp. Ihr habt mir gar nicht geholfen. Ihr seid abgehauen. Wisst ihr was? Äh, äh, ihr beiden macht jetzt sofort die Hände hoch. Hände hoch. Was? Nein, das kann ich nicht. Was? Ich, 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 ich. Häm die Hände hoch. Ja. Ihr beiden. Wenn ihr nicht wollt, dass, äh, dass, äh, ich, äh, äh, euch auch erschieße, dann, äh, 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 gebt ihr mir sofort eure Superheldenanzüge. Hört ihr? Niemals. Oh, doch, das müssen wir, er hat eine Pistole. Das ist eine Maschinenpistole. Peng, 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 peng. Ist hier gut. Ist hier gut. Hier. Alles her damit. Denn, Leute, ich werde jetzt nicht nur Spider-Man. Ich werde Superman-Spider-Man. Und, Jimmy, dein Anzug will ich auch haben. Der passt mir doch nicht mal. Ich bin ein Minimann. Der passt dir nicht, Lumi. Er hat recht, Leute. Aber, was mache ich jetzt mit den beiden? Die haben mich mit den Zombies einfach alleine gelassen. Vielleicht muss ich den beiden eine Lektion erteilen. Wie wäre es, wenn ich, ich beide einfach fesse. Ich bin Spider-Man. Zack. Lass mich los. Lass mich los. Jimmy, du bekommst auch noch Netze ab. Nimm das. Bitte nicht. Okay, ihr beiden. Ihr habt euch mit dem falschen Spider-Man angelegt. Das ab sofort hier ist meine Insel. Und ihr könnt hier beide erfrieren. Wir sehen uns morgen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Lass mich los. Lumi. Macht's gut. Oh. Oh nein. Au. Einer von uns muss jetzt anfangen, den Lucky Block abzubauen. Und wir müssen eine Möglichkeit finden, um hier wegzukommen. Aber wir dürfen nicht runterfallen. Wenn wir runterfallen, ist alles zu Ende. Dann war's das mit uns. Ähm. Ich fang nicht an. Ich auch nicht. Oh. Immer muss ich anfangen. Äh. Lass uns doch erstmal hier in die Kiste reinschauen. Da ist Eis und Lava drin. Damit können wir uns einen Copystone-Generator bauen. Und wir haben auch einen Baum. Hm. Aber wir haben keine Tools. Ich baue den ersten Lucky Block ab. Seid ihr bereit? Na komm schon, Lumi. Komm schon. Okay, okay, Leute. Let's go. Und. Oh, der Hexe. Ah, schub sie runter. Oh. 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 Du musst den nächsten Lucky Block abbauen. Komm schon, Hanna. Komm schon. Okay, ich mach den roten. Den roten. Okay. Lumi, komm zu mir. Komm zu mir hoch. Oh. Mach schon, Hanna. Hoh. Oh. Was hast du? Ich hab einen Zauberstab. Guck mal, Lumi. Was ist das? Ein Zauberstab? Zauberstab? Was kann der Zauberstab? Oh. Hä? Irgendwie. Warte. Ich muss eine Fledermaus treffen. Und. Zack. Ich weiß nicht. Vielleicht schieße ich einfach Hanna damit ab. Nein. Schieß auf Odi. Ich hab ihn gefunden. Ey, nein. Nicht auf mich. Ha? Odi, soll ich dich abschießen? Nein, nein, nein. Lieber nicht. Lieber nicht. Bitte, bitte, bitte. Lumi. Nein. Glück gehabt. Okay. Komm, wir machen den Zauberstab erstmal in die Kiste rein. Vielleicht können wir den später noch gebrauchen. Ich bin dafür, dass du jetzt abbaust, Odi. Los, Odi. Ich will nicht. Odi. 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 Okay, ich nehm den hier. Nimm schon. Und baue ihn ab. Blumen. Blumen. Aber die bringen uns nicht weiter, Odi. Wir brauchen was anderes. Mann. Vielleicht ein paar Stufen. So. Lumi. Lumi, Lumi, Lumi. Odi? Ich hab Erde bekommen. Wo? Was? Du hast wirklich Erde bekommen? Ja. Oh, wie cool. Das heißt, wir können unsere Insel jetzt schön machen. Gib her, gib her, gib her. Wir brauchen ganz viel Erde. Boah. Leute, endlich. Jetzt können wir uns endlich eine schöne Insel bauen. Komm schon, helft mir, Leute. Na los, na los, na los. Ich baue auch einen ab. Ja. Ah, Hannah, mach vorsichtig. Okay. Und schön. Überall Erde hin mache. Guck mal, Lumi. Ich hab ganz viele verschiedene Steine bekommen. Oh, das bedeutet, wir können uns vielleicht sogar ein Haus bauen. Oh, das ist der Hammer. Und wir haben sogar ein Setzling bekommen. Das heißt, wir können uns einen neuen Baum anpflanzen. Cool. Okay. Dann lass uns jetzt erstmal unsere Insel schön groß machen. Guck mal, Lumi. Ich hab eine Blume für dich. Oh, die ist sogar blau. Ja, wir machen jetzt unsere Insel schön. Komm schon. Und zack. Oh, unsere Insel sieht jetzt schon richtig schön aus. Ich glaub, hier ist es schon viel gemütlicher. Findet ihr nicht? So cool. Oh, Mann. Und toll schön mit Blumen. Oh, Mann. Die Blumen sehen wirklich schön aus. Aber trotzdem. Wir brauchen wenigstens noch ein Bett und so zum Schlafen. Was ist, wenn heute Nacht Monster kommen? Und essen, Lumi. Oh, stimmt. Und wir brauchen eine Spitzhacke. Ich will das unbedingt abbauen. Das sieht so schön aus. Das funkelt. Aber wartet. Wir müssen jetzt erstmal unseren Coppestone-Generator bauen. Wartet, dazu müsst ihr mir helfen. Ähm, wir machen den hier hin. Wartet. Ich weiß, wie das funktioniert, Odi. So. Ähm, ich glaube... Ich weiß nämlich nicht, wie das geht. Wartet. Da ein Loch. Jetzt muss das da hin. Ähm, und dann, glaub ich, warte. Hier muss Lava rein. Dann einmal Wasser. Und... Oh. Es funktioniert. Mein Coppestone-Generator hat funktioniert. Jetzt können wir uns unendlich Stein machen. Wir brauchen jetzt nur eine Spitzhacke. Das heißt, ich baue den nächsten Lucky Block ab. Oh, ja. Und... Pass auf. Kuchen. Oh, lecker Kuchen. Ich liebe Kuchen. Oh, hier nimm auch ein Odi. Aber wir müssen uns den Kuchen einteilen. Denn wir haben nicht so viel zu essen, Leute. Und wartet. Ist dir schon aufgefallen, dass unser Baum gewachsen ist? Los, abbauen. Der ist voll süß. So schön klein. Ey, Odi, nicht kaputt machen. Oh, Mann. Ich dachte, wir bauen den auch ab. Ähm, ich würde sagen, wir... Ähm, wir müssen die Lucky Blöcke weiter abbauen. Denn wir brauchen noch mehr Sachen. Ich würde sagen, Odi, komm, bau du den nächsten ab. Soll ich den roten hier nehmen? Ja, macht den roten, macht den roten, macht den roten. Aber Lumi, was ist, wenn hier was spawnt und das hier weg geht? Wir müssen erst das hier abbauen. Nicht, dass das verschwindet. Aber dazu brauchen wir erstmal eine Spitzhacke, Odi. Das heißt, wartet. Wir haben doch Holz, Odi. Wir brauchen ganz viel Holz. Wartet. So. Wir machen uns eine Spitzhacke. So. Und jetzt bauen wir uns Stein ab. Und dann machen wir uns eine Steinspitzhacke. Ja. Okay. So. Komm schon. Und wir brauchen jetzt ganz viel, ganz viel Stein. Und zack. Und zack. Stein für Stein. Okay, Leute. Wir müssen jetzt ein bisschen Stein abbauen, damit wir eine Spitzhacke bekommen. Warte, Lumi, wir brauchen vielleicht eine Eisenspitzhacke. Oh nein. Aber wie kommen wir an Eis? Das geht doch nicht. Ja, wir müssen die Lucky Blöcke weiter abbauen. Okay. Ich mache jetzt den roten hier. Mach schon, Odi. Jetzt ist es soweit. Bau ihn ab. Komm schon. Ein Bogen. Jetzt haben wir beide einen Bogen. Aua. Gib mir mal Pfeile. Gib mir mal Pfeile. Ich habe einen Shade-Bogen bekommen, Lumi. Oh, oh. Aber was macht der denn? Mach langsam. Ich weiß nicht. Oh, oh. Mit Feuer. Mit Feuer. Das ist die Wolle und können uns Betten damit machen. Stimmt. Du hast recht. Warte, ich mache uns ein Schwert. So, dann brauchen wir Stein, ein Schwert und jetzt kommt hier lecker Schafis. Oder Lumi. Was ist los, Hanna? Nimm Odi's Bogen. Dann ist das Fleisch auch schon gebraten. Aber was ist, wenn der Bogen irgendwas kaputt macht? Das ist ein Zauberbogen. Mach der nicht. Jetzt mach schon. Der ist cool. Oh, ich weiß nicht, Leute. Ich vertraue dir, Odi. Mach schon, mach schon, mach schon, mach schon. Wow. Du hast recht. Das Fleisch wird gebraten. Wow. Wow, wie weit die Fliege hast du gesehen, Lumi? Oh, weißt du, wer auch weit fliegen kann, Odi? Nein, 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 nein. Nicht ich, nicht ich. War doch nur Spaß, Odi. Boah, der Bogen ist der Hammer, Leute. Lecker essen. Kommt hier, Schafis. Und zack. Und zack. Oh nein, jetzt haben wir nur noch einen Schaf... Oh nee, wir haben zwei. Alles gut. Ja, zwei Schafe sollten reichen. Ja. Okay, jetzt haben wir genug Wolle, um uns Betten zu bauen. Das, falls es dann gleich dunkel wird, Odi, wir uns schlafen legen können. Was ist, wenn böse Monster kommen? Und die wollen uns dann aufessen. Oh nein, wir müssen ein Haus bauen, Lumi. Kommt schon. Oh, ihr habt recht. Lasst uns lieber schneidend Haus bauen. Aber davor muss Hannah noch einen Lucky Block öffnen, Lumi. Ja, komm. Einen musst du noch öffnen, Hannah. Okay. Gelb oder rot? Mach den gelben. Mach schon, mach schon, mach schon. Was war denn das denn? Ein, 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 ein Creeper. Er hat unsere Insel kaputt gemacht. Aber wartet, er hat die, er hat die Blöcke kaputt gemacht. Stimmt, was ist das, Lumi? Oh, das sind Shade-Blöcke. Was kann man damit machen? Wartet, oh nein, unser Crafting Table ist kaputt gegangen. Hannah, hast du noch einen? Ja, den habe ich aufgehoben aus Versehen. Tut mir leid. Oh, oh Mann. Warte, wir müssen gucken, was wir daraus bauen können. Schaut mal, ich habe daraus so komische Kugeln gemacht. Hä? Meint ihr, wir können daraus ein Schwert machen? Nein. Hä? Was kann man daraus... Vielleicht eine Rüstung, Lumi, vielleicht eine Rüstung. Stimmt. Eine Rüstung. Oh. Wartet mal. Zack. Du bist unsichtbar. Oh. Und ich bin richtig schnell. Wow. Oh. Wow. Wo bin ich, hä? Ihr seht mich nicht. Wo bin ich? Hä? Hä? Man sieht deine Hose, du Doofkopf. Oh Mann, aber ihr... Guckt mal, wie schnell ich laufen kann. Das ist der Hose, Lute. Oh, wie cool. Wahnsinn. Ich will auch, Lumi. Ich will auch eins. Warte. Ich baue mir noch eine Rüstung daraus. Und zack. Wow. Jetzt bin ich unbesiegbar. Ihr könnt mir gar nichts. Fangt mich doch. Fangt mich doch. Fangt mich doch. Ah. Der ist so schnell. Oh Mann. Die Rüstung ist der Hammer. Ah, da bist du wieder. Ja, ich habe die Rüstung abgesetzt. Die können wir anziehen. Wenn böse Monster kommen, dann sind wir eigentlich unbesiegbar. Ich mache die in die Kiste rein. Aber die darf keiner klauen von euch, ja? Mhm. Okay. Wir müssen jetzt unsere Insel reparieren. Und dann müssen wir uns ein cooles Haus bauen. Ich würde sagen... Ah. Wir müssen uns jetzt ein paar Grasblöcke nehmen. Und die Insel wieder reparieren. Die ist nämlich kaputt gegangen, weil der Creeper explodiert ist. Stimmt, Lumi. Blut, ein Creeper. Gib mir die Spitzsacke. Dann baue ich in der Zeit, wo ihr das repariert, ganz viele Cobblestones ab, damit wir uns ein Haus bauen können. Okay, machen wir. Ich versuche, die Insel zu reparieren. Oh Mann, Leute. So. Oh. Okay, Hanna. Das sieht schon viel besser. Oh. Hilfe. Hilfe, Leute. Oh Gott. Ich werde runtergefallen. Kommt schon, kommt schon. Oh nein. Odi. Was machst du denn da? Hanna. Wir müssen Odi helfen. Warum hängst du da, Odi? Wie ist das denn passiert? Ich bin abgerutscht, Lumi. Jetzt komm schon, helf mir. Ich kann mich lang nicht mehr halten. Hanna, wie... Warte. Ich... Hier. Halt dich an der Schaufel fest. Odi. Komm schon. Ich zieh dich hoch. Komm hoch. Komm, Lumi. Oh. Ihr seid die Besten, Lumi. Danke. Mann, du bist da fast runtergefallen. Mann, das ging fast in die Hose. Und schau mal, was wir verloren hätten, Lumi. Schau mal. Du hast ganz viel... Ganz viel Koppelsohn. Guck mal, wie viel ich hab. Hast du das alles abgebaut? Ja, natürlich. Oh, du bist der Beste. Daraus können wir uns jetzt ein schönes Haus bauen. Okay. Dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen neues Holz. Dafür müssen wir den Baum abbauen. Komm schon, helf mir, den Baum abzubauen. Wir bauen uns jetzt ein richtig cooles Haus. Weil ich glaube, es wird auch bald dunkel. Und dann kommen böse Monster, Leute. Von denen müssen wir uns auf jeden Fall verteidigen. Oh, 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 Mann. Das war wirklich anstrengend. Ja. Odi, gib das jetzt. Wir müssen uns jetzt ein schönes Haus bauen, bevor es dunkel wird. Hier, nimm. Oh, Mann. Das sollte echt reichen. Okay. Dann helf mir. Komm schon, Freunde. Wir müssen uns jetzt ein schönes, großes Haus bauen. Und zack. Oh, nein. Schaut mal, die Sonne. Oh, der Mond kommt schon. Oh, nein. Oh, nein. Beeilt euch. Die Sonne geht unter. Der Mond kommt. Beeilt euch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt ein richtig cooles Haus bauen. Was ist, Leute, wenn heute Nacht richtig gruselige Monster kommen? Dann war es das ein für alle Mal. Oh, Mann, Leute. Es wird dunkel und wir haben noch kein Haus. Ich hoffe, wir überleben die Nacht. Ihr müsst uns alle die Daumen drücken. Oh, Mann. Ist das schon echt dunkel mittlerweile. Okay. Komm schon, Numi. Komm schon. Und die letzten paar Blöcke. Warte. Boah, das haben wir echt gut hinbekommen. Wir haben echt ein cooles... Äh, Odi? Was? Numi? Numi? Woher? Was habt ihr gemacht? Habt ihr einen Lucky Block abgebaut? Oh, nein, nein. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Versteckt euch. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Die kommen doch rein, du doof. Kommt. Odi. Odi. Schub sie rein. Ich schub sie rein. Los, los, los. Wir müssen hier raus. Macht irgendwas. Nimmt euer Schwert. Das sind zu viele. Wir müssen hier raus. Woher kommt dieser Riesenbaum denn jetzt auch auf einmal? Odi, das sind zu viele Zombies. Was machen wir? Wir müssen angreifen. Numi. Numi. Alle auf den Baum. Ich hab ne Idee. Nein, komm auf den Baum. Odi, es ist zu spät. Oh, oh. Ich komm hier nicht hoch, Hanna. Oh, oh, oh. Oh, Mann. Numi. Oh, oh. Oh, Mann. Odi, was machen wir ja nur? Hör auf zu weinen, Numi. Ich hab ne Idee. Mann, ihr habt irgendeinen Lucky Block abgebaut, ohne zu fragen. Jetzt ist da unten alles voll mit irgendwelchen Zombies. Die wollen unsere Insel kaputt machen, Odi. Jetzt gerade, wo wir mit unserem Haus fertig sind, kommen die ganzen Zombies. Nur weil ihr diesen dummen Lucky Block abbauen musstet. Das stimmt gar nicht. Ich habe keinen abgebaut. Ich habe einen abgebaut. Mann, ich dachte, wir kriegen jetzt wieder coole Sachen. Was schlagt ihr vor, Odi? Odi, warte. Meint ihr, wir können die mit unserem Bogen von hier oben kaputt schießen? Stimmt. Okay, warte, Hanna. Wir müssen gucken. Komm. Komm schon, komm schon. Ich habe nicht getroffen. Warte, jetzt. Zack, weg mit dir. Und noch einer. Bam. Ich glaube, ich habe sie alle, Odi. Cool, Omi. Lass uns runter schnell. Wir müssen schlafen. Nicht das Meer kommen. Ja, warte, wir klettern runter. Oh, Aua. Oh, Mann. Es ist schon echt spät. Lass uns in das Haus rein. Oh, Mann. Komm schon. Odi, hast du unsere Betten schon parat? Ich habe die Betten gemacht. Okay, dann warte. Wir machen jetzt erst mal die Tür zu. Oh, Mann. Okay, ein blaues Bett für mich. Ich schlafe in der Mitte. Ich schlafe hier. Okay. Mach Lichter, Mann. Du hast Laternen in der Hand. Mach die Lichter, Lumi. Warte, ich stelle uns hier zwei Laternen hin. So. Okay. Das war echt eine aufregende erste Nacht, Leute. Aber zum Glück haben wir es überlebt. Okay, Odi, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht und hört auf zu pupsen. Du pupsst immer. Genau, du bist der Stinker. Okay, bis morgen. Bis morgen. Oh, Mann. Hanna, schau mal. Ich sollte jetzt dunkel genug sein. Wo bist du? Ich bin hier hinten bei den McDonalds. Oh, Mann. Hanna, ich habe dir doch davon erzählt, dass wir Odi pranken wollen. Es ist jetzt spät genug. Wir werden jetzt ein paar Lucky Blöcke ohne ihn abbauen. Okay? Und dann werden wir von der Insel jagen. Komm schon. Hilf mir, die Lucky Blöcke abzubauen, Hanna. Komm schon. Wir brauchen ganz viele Diamanten, Hanna. Oh, zehn Stück. Aber das läuft so laut. Ja, ich hoffe, Odi weckt nicht auf. Warte. Ich mache mir ein Diamantenpanzer. Zack. Oh, okay. Denn Odi hat meine Rüstung geklaut. Das werde ich ihm jetzt heimzahlen. Weißt du, was ich hier in der Hand habe, Hanna? Ein Stock? Nein. Das ist eine Bazooka. Faf. Warte, Hanna. Pass ganz genau auf. Und... Oh, Odi, es tut mir leid. Tjum. Oh. Seid ihr doof? Oh, oh. Hanna. Die Bazooka war der Hammer. Hast du gesehen? Aber jetzt ist Odi weg. Und die halbe Insel ist auch kaputt. Mann. Ich wollte das eigentlich nicht. Mann. Jetzt ist Odi weg. Was machen wir jetzt? Aber jetzt sind wir alleine. Mann. Ich vermisse Odi. Äh. Ich glaube... Hm. Die beste Entscheidung wäre, Hanna. Es wäre besser, wenn die Insel... Hm. Wenn jemand die Insel für sich ganz alleine hätte. Verstehst du? Was meinst du damit, Lumi? Ähm. Wir sind doch Freunde. Ja, natürlich. Aber hier ist nicht genug Platz für uns, Hanna. Mach's gut. Nein. Oh, Mann. Leute. Das war's dann wohl. Naja. Jetzt habe ich wenigstens die Insel für mich alleine. Ich muss sie zwar reparieren, aber... Hm. Was soll's. Jetzt habe ich wenigstens niemanden mehr, der mich hier stört und ärgert. Leute. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hier runterfinden. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video sonst gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Und schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes mit Odi und Hanna machen sollen. Ansonsten vergesst nicht rechts drauf zu drücken. Das ist auch ein cooles Video. Checkt's ab und bis zum nächsten Mal.